ich will dir alles bibliotheks tatsache ist eine sehr gute frage für die papierpresse der lorde stehst das wäre sehr sinnvoll bei der die ecke das ein ding hier macht die beiden sachen wie die bibliothek aber hat gewittert gerade voll gut für ihn hier habe ich davon nichts gelehrt haben leider da wollte ich haben ich habe muss umgesetzt haben wegen dem kurzumbau dingens also an sich kann er ja blöde was ist dann das gleich aber kein problem das ging mir doch alles hin ja das wird schon noch wirken pass auf den planer nicht gemacht habe das das kann er aber nur umzäunt sein mit offenen toren da muss jetzt keiner sein das ist bescheuert jetzt eben wie auf einmal sich verarschen ja ich habe zwei andere auswahl aber die frage jetzt auch nicht so hübsch brauchen das ist so oder so hier ist die ganz braun ja danke ja cool mache ich wie denn da nicht hier was soll denn das das umständlich ist ja wirklich so also das ist das mal neu bauen hier ja weiß ich nicht was erwähnt hast aber zumindest zumindest werde ich dagegen das so zum anders zu machen mal hier sagt besser so ein bisschen ja jetzt machen wir anderen boden ja jetzt auch hier ein bisschen ändern und das ist ja auch nicht sehr klar richtig ganz ich mal gehört habe oder nicht wirklich cool ja 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 katze voll nass geworden das kommt wenn man eben weiter geht schnurrt schickt sich ja genau ich will die dunkle wucke haben wir doch man reden heute wie also noch so ein richtiges herausforderungsteil für mich immerher mit den wolken jedenfalls ich bin da nicht abgeneigt das ist auch unpraktisch das war ja schön ist anders aber hey kommt halbwegs durchgelaufen haben wir es doch unser multiplayer bisschen besser hinbekommen aber das stimmt gefängnis eigentlich genau so oder weil muss ich aber könnte ja die baumerselten endpost deutsche sprache ja leider schon ich meine die sänge mit mit bei denen bei den gefängnis ich könnte auch generell war alles auf den rechten bereich verlagern der bisschen größer ein bisschen größer ist wie du magst überlege ich mir noch aber jetzt habe ich kein bock dazu und genau ich wollte warum bist du naja leute ja bisschen ausrüsten nein vielleicht doch erst viel normal ist ob man das krasse von allem ist einfach mega krass ist ja drauf danach war also dass die alles in holzahn ist natürlich nicht gut das wirklich schlecht das verbessern wir dir das gute ist ja es ist egal was er bekommt die ganzen boden ist natürlich irrelevant denn das ist ja bei dem typen einfach egal aha ich hasse es wieder alles in seiner tage landet nicht in meinem armmann ich denke da auch immer ich dran ich habe alles neben klicken könnte es war ja auch nicht normales penibel einzeln schön blöd das lexikon endpost deutsch 100 wege das wir sagen sehr vielen dank was gebe ich denn wo ist es denn der plop 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 glop gönnt euch der erinnerungs gedöns alles für fjell noir warte von 636 gefällt mir hatte ich erwähnt dass ich noch mal dringend wieder hier in den chat reinkommen muss am besten wenn ich spiel damit den namen anpassen kann aber ich habe es auf jeden fall geschrieben ich weiß nicht was ich geschrieben habe oder ich schreibe ich schreiben soll hast eine rinne muss ich weiß nicht mehr ich weiß nicht wenn ich sieht einfach falsch aus fahrrad ja sei mal kurz es geht doch so nicht gleich für dich auch sei noch mal wie gesagt ist wieder vergessen mit es kann nicht sein aber zumindest hallo dina immer tag das hier alter nervig ganz im extra machen muss schlimm so läuft auch aber ich brauche hier nur war nein nicht ganz das ist leider falsch fake erneut setzt sich gibt mir sechs jetzt auch vorstellen möchte ich auch bien rein because why not schön da stehen bleiben warum hätten der hört wieder nicht schlimmer finger ganz ganz schlimmer finger war du bist du bist du drauf gelaufen schuppen acht schuppen ja ist ja auch noch da wunderbar da geht auch was dabei ja so amulett was ich das meister von ganz ich weiß gar nicht was dafür und schaden gut 200 waffe macht ähnlich viel wie der herr wünscht so was willst du doch schreiben oder gesehen ich gerade gegessen und sehe da noch überlebende kekse ist gar nicht mal gut jetzt musst du auf essen ich kann das passieren fake anhold so viel ja ungefähr wie die waffe passt so schuppen denn ja der letzte mal im bunde richtig schlecht ist das geht gar nicht das geht auch nicht ich muss von grund aber erstmal so ein ding bekommen war tatsache ja ich kann dass ich auch weiterverarbeiten das viel unglaublich sag doch was ich schwächle sollte mir ans stimmen gehen oh du jim ist bei mir und hat ein ganz schwieriges thema ich habe so wenig gym weil einfach viel zu scheiße warm gewesen war nicht ganz ganz spaß gemacht dann dann also ist sommer da habe ich immer eine schwächle phase was training angeht ist völlig normal nicht gut aber normal halt da ist noch ein bisschen tag kein schlaf gehabt oder an schichten dazu schicht aber auch böse ich habe schon mal gesagt habe ich habe respekt vor allem die das machen schicht arbeit das ist einfach nicht ohne ich könnte das nicht ich würde es auch für mich auch nicht wollen aber ja könnt euch die die es könnte oder müsste oder keine ahnung haben hier einmal 30 grad ist doch schon scheiß warm also tun wir nicht so es ist zu warm reisen schwert natürlich wieder was anderes seit mai vier mal 40 stunden olala wie gesagt meins wäre es halt absolut nicht aber ausgesucht oder quasi aufgedrungen ja man gewöhnt sich sicherlich an alles gar keine frage oder vieles zumindest fertig an alles aber ich sage so mein vater hat sein leben lang schicht arbeit gemacht und der ist jetzt durch schlafmäßig kommt er gar nicht mehr in rhythmus rein schon seit jahren die hat extrem probleme irgendwie wieder vernünftig zu schlafen war schon am arzt gewesen und alles mögliche das ist einfach kaputt bei ihm jetzt irgendwie und das ist auch nicht gerade was ist was es sein sollte am ende oder ich meine es mag jetzt nicht bei jedem dann passiert natürlich gar keine frage aber geil ist auf jeden fall anders das hast du jetzt so und noch weiterentwickeln ne neu aufgedrungen alles mist es nervt so hallo ich meine aufgrund so richtig echt böse das ist nicht nicht schön absolut nicht in dem alter geht man danach nicht mehr so ins stimmen die absolut verstehe ich weg an heute nach schicht arbeit bei der erste schnallter sagt da war ich vergesst mal fake an heute naja er ist sau alt mindestens 7000 euro jahre was jeweils alt und so ganz toll hat auch schon rück und alles und ja schlafen wir waren ständig wechselt das ding ist wenn er schlafen ist bei der schichtarbeit weg ist ist das eine der pegelt sich ja vielleicht wieder einer wie geht es beim beim mein vater das hat so was ja auch im urlaub nicht mehr zum schlafen kommt nicht nur in der arbeitszeit auch keine ahnung das ist heute nicht hin dass auch komplett hin über alles und das ist einfach nicht nicht wünschenswert nicht erstrebenswert in keinster weise also übertreibbar nicht anordnen älter als universum ich ja du nein drei stadt pro tag gepennt und man vorher noch zwei stunden wenn aber nein körperlich fit aber geistig nicht ja das ist dann hattest du samira jetzt schon mal bei der gelehrten was abgezwackt für dich um zu sehen was sie jetzt genau baft ok war nur eine frage elend wird sehen will man nicht bin ich gar nicht mit einem schwarzhorn so ich habe meinen diener maximal ausgerüstet jetzt allesamt auf irgendwelche erkundungstürchen oder ich warte noch bis wir jetzt den nächsten boss machen und schick ihnen nachher ist los ins nächste gebiet das wäre das oben rechts wo ich schon war hat auch bloß 27 und das könnten die schon knacken mit gebiets boni natürlich so schuppen der kann jetzt schon los schicken natürlich das schafft das dann gibt es da sogar alle sachen tierhaut und dick menge tierhaut und seidenraupel haben wir doch gar nicht aber ich warte noch bis wir den boss haben das ist vielleicht sinnvoller apropos wo ist er überhaupt nordosten weit entfernt natürlich natürlich ist er weit entfernt aber von dem bekommen dann die schmiede der ahnen um die ganzen kaputten sachen die wir sie haben zu reparieren und es hat im alten spielstand mein besiegte typen hatte ich so kaputte sachen gefunden so ihr die haben wir schon da ja drei oder vier kiste da unten aber nachdem wir ihn haben müssen wir erst den gebietsgegner von akt 1 töten um die radio-negerung herzustellen um die waffen auch entsprechend reinigen und zu können glaube ich wir trinken was für den arnold trinken soll ja ganz gesund sein fällt mir ein wo war das denn eine handwerks tisch oder sowas haben wir alles schon geschrötert war bitte ich hatte eine kiste für den bims definieren bin ich kann ja sagen ob ich sie gesehen habe okay lang geschehen weg mit dem faden sie ist der ganze gäste ich kann ja mein ding ist ja stellen wegen dem dlc einen schöneren umhang übrigens für nur optische vorteile aber hey die will ich schon haben umhang des und sterbigen königs weiß ich nicht kommen wir hier oben gebauen kannst an der schneiderbank wo ich gerade sitzt müsste ganz oben rechts sein neben dem jäger und reiseumhang aber warte mal kurz test kannst du es dann aufnehmen man kann die ziel sache also weitergeben wenn man im zusammenspiel zumindest das ding ist rein nur erhältlich wenn du die die hast alles halten und sterblicher könig ist schon alt da ist war schon ein bisschen durchfleddert es völlig normal hat er hat er kommen umhang her damit gibt mir auch einen jahr läuft und ja ein bisschen zerfleddert du hast recht zack 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 hm das sind gut rot zu der weise natürlich nicht wer ja auch zu leisten bei meinem schwert ist eine schwarze treue so weit so ja ich wollte mich gerade sage ich brauche ein paar tränke ich habe mich keine mehr pflanzen tränke die blutrosen tränke ich kann mir empfehlen gebräuter bild weil ich bezahle das gebräu gleichzeitig plus mit rosen tränke hast du ich hab 30 ich habe gar keinen ich möchte zweiter von denen die da drin sind da hast du das wildheit und gebräuter blut rosa ist der rote das blaue ding das blaue ach sauberkraft ja nötig ich bleibe bei dem anderen wird der gleichzeitig ja trotzdem bei meinem es reicht ich glaube ganz weit im norden nordosten weit entfernt ganz ganz weit ein portal das ist gar nicht mal so schnell oben hin ich muss von hier aus nach unten java zu erwarten ja im rechten geht es so noch sehr in der nähe in der nähe toll bei dem mann eigentlich ich glaube es ist da wo neulich waren die anderen suchen wollten für sich das gebiet gelaufen sind dass sie gleich das größte gebiet rechts von uns nicht rechts von uns über uns arnold elite kind der elite kinder c4 65 halb lc4 65 halb c4 65 hyper viele halber ist hier danke nun katschi bist schon zu kommen joggen ist aber fix gewesen hast du nicht ausgehalten weil jetzt da verstehe ich keine schande sei mehr wolltest du hin ich hatte es auch eingang wieder läuft in dem oberen eingang weiß auch nicht ich brauche auch nur wenn du sagen kannst du es vielleicht weißt aber ok ok ja ist ja negativ bleibst doch da oben jetzt so können uns an beiden seiten nähern einfach wie die zange jetzt auch nacht nein 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 so nicht dickerchen ja schlimm oder das ist immer ja voll auf die lauter schien das ganze nabel mensch ja ja ich sehe dich doch bin die menschschaft zu filmen jetzt der bimmelt nie wieder ja mal wieder da nicht gut echt weil ich angefangen zu tröpfen ja ach so was wegen zeugs das ist ja bei euch eine wohl gerade so in mit regen die glücklichen schweine aus amyra action bei dir eine vorbereitung auch ein das tut leider hier der mutter rutscht er schade 5 kilometer und 20 minuten echt so lange was du weg mann ruhig kaum gut hat das jetzt immer aufzufüllen ja das ist schon auch bald so dann ist er hier wohl nicht oder auch nicht ach so dass er eine rüstung stelle oder so was ehrlich jetzt weiß ich auch nicht so genau warum schlägt man mal stehen hier haben die jahren als der römische berater du hier sind aber vorher 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 freuen wir haben vorher schon so nein er hat jetzt geholt war ja klar muss ja passieren irgendwann lauter leute dazu geholt noch ziemlich freche leute verfehlt scheiße alter was das macht es nicht gut respect die weg mit respect ja 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 eigentlich stu stift ich hatte ja ja mags vorher ja sehr schön und er muss er denn based um ihr lieben es explodiert da sind markt 1 offiziell abgeschlossen würde ich sagen 22 aber haben wir sind mutter geschehen macht und ich bin nicht sicher ich kann mir bis bekannt vor irgendwie auch nicht doch ja okay okay so war das damals also jetzt stein wird stein alles muss gewetzt sein wird stein wird stein war von trube in der letzten ecke läuft und seine peitsche lassen es die machen und eine bessere malsteine nordwesten sehr weit entfernt warte die links daneben ist eigentlich sinnvoller weil das ist die die uns dann auch die radium die jungen gibt die uns eben immer noch so was ermöglicht die euch zuerst machen wir können auch beide versuchen ja wie sie dann immer so eine gute messer an deiner tromaten nordwesten da ich bin entfäuscht und das ist toll ja jetzt brennt er auch noch nicht verbrennen ich bin gerade so mein hab ich aber schön ist eigentlich ich mal weg mit dir und so die gärten ist und refressen hier wird vielleicht lecker lecker und drei hunderter so was gibt es doch sagt das nicht wie soll ich das gebiet angebung ich glaube dass wir mutanten regal ist ich habe noch eins im nord was war das westen rosten ich bin immer noch weit entfernt nordwesten von mir jetzt nur noch westen wo ich bin also wo in dem gebiet er und in der nähe ok hier ist er ich habe noch hier den typen besiegt aber war es nicht hier alles gut ich komme ja ebenso alles gut ich habe noch ein bisschen holz kaputt was hier so rumläuft düsterholz guck eine an gar kein ich dachte schon mit heiligen holz etwas alles gesehen aber düsterholz ich habe schon alles nehm ich habe schon alles nehm